Dieser Pilz versteckt sich im Getreide und ist so giftig, dass dir von seinem Gift die Finger abfallen können. Wie kommt so ein Pilz ins Getreide? Wie kann man es früh genug erkennen? In diesem Video verrate ich dir alles, was du über diesen Pilz unbedingt wissen solltest. Claviceps purpurea ist ein parasiterer Pilz, der verschiedene Gräser, darunter auch bestimmte Getreidesorten, befällt. Dieser Pilz hat schon in der Vergangenheit für Massenvergiftungen gesorgt. Vor allem im Mittelalter, in Zeiten der Hungersnot, wo man halt alles essen musste, was man irgendwie bekommen konnte. Hinzu kommt es, dass zu gewissen Witterungsverhältnissen der Pilz bessere Chancen hat, sich auszubreiten. Der Entwicklungszyklus dieses Pilzes ist so abgefahren wie das, was er in deinem Körper anstellen kann. Was du hier siehst, ist das gefährliche Entwicklungsstadium des Pilzes, aber nicht der ganze Pilz. Dieses Entwicklungsstadium nennt man auch Mutterkorn. Dieses Korn fällt im Herbst auf den Boden und überwintert dort. Im Frühling wachsen daraus die Fruchtkörper. Also das, was wir uns unter einem Pilz vorstellen, ist eigentlich nicht der ganze Pilz, sondern nur der Fruchtkörper. Das, was wir essen, sind die Fortpflanzungsorgane der Pilze. Ja, ja, du isst Fortpflanzungsorgane. Wenn ich das nächste Mal eine Pizza bestelle, sage ich, anstatt Champignons möchte ich bitte ein paar Fortpflanzungsorgane von Pilzen auf meiner Pizza draufhaben. Die werden sich dann was denken, aber das ist ja das Gute daran. Diese Fruchtkörper bilden dann Sporen. Die Sporen der Pilze sind sowas ähnliches wie die Samen einer Pflanze. Wenn diese Sporen dann auf das Getreide gelangen, kommt es zu einer Infektion. Der Pilz wächst in der Blüte des Getreides und bildet so eine klebrige Masse, die man auch Honigdau nennt. Danach entwickelt er sich weiter zum Mutterkorn und fällt dann wieder zu Boden und dann beginnt der ganze Zyklus von vorne. Ja, und dieses Mutterkorn ist eben das gefährliche Entwicklungsstadium des Pilzes, weil es durch einen dummen Zufall in unsere Nahrung gelangen kann und weil es verdammt giftig ist. Eine Vergiftung durch Claviceps purpurea kann ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben. Die Vergiftung durch so einen Pilz wird auch als Ergotismus bezeichnet und kann in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden. Gangrenöser Ergotismus und konvulsiver Ergotismus. Beim konvulsiven Ergotismus ist das Nervensystem involviert. Du bekommst Krämpfe, fängst an zu zittern und bist mental verwirrt. Und möglicherweise bekommst du auch Halluzinationen, du siehst Dinge, die nicht da sind und so weiter. Beim gangrenösen Ergotismus ist das Blutgefäßsystem betroffen. Die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Man nennt sowas auch Vasokonstriktion. Dadurch wird die zirkulierende Blutmenge in bestimmten Extremitäten vermindert und diese Extremitäten fangen dann an, sich komisch zu fühlen. Sie fangen an zu kribbeln und zu brennen oder stark zu schmerzen. Die zirkulierende Blutmenge in den Extremitäten kann so weit herabgesetzt werden, dass es zu Gewebeschäden kommt, weil das Gewebe keinen Sauerstoff und keine Nährstoffe mehr bekommt und es dann nicht überleben kann. Auf diese Weise kann man in sehr schweren Fällen sogar Finger oder Zehen verlieren. Nun fragt man sich vielleicht, was macht diesen Pilz so giftig? Was ist da drinnen, was deinen Körper so zurichten kann? Der Grund für die Vergiftungssymptome sind hauptsächlich verschiedene Alkaloide, die im Mutterkorn enthalten sind, wie zum Beispiel Ergotamin und Ergometrin. Alkaloide haben nichts mit Alkohol zu tun, sondern sind eine eigene, spezielle Stoffgruppe, die in der Natur relativ weit verbreitet sind. Sie kommen in verschiedenen Pflanzen und Pilzen vor, aber auch in giftigen Tieren findet man manchmal Alkaloide. Diese Stoffe sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine pharmakologisch aktive und manchmal auch eine toxische Wirkung haben, je nachdem, in welcher Dosis man sie verabreicht bekommt. Ein Alkaloid wirst du vielleicht sogar jeden Tag zu dir nehmen, und zwar das Koffein aus dem Kaffee. Ein anderes sehr bekanntes Alkaloid ist das Nikotin aus der Tabakpflanze. Wenn wir also Kaffee trinken und Zigaretten rauchen, führen wir unserem Körper eigentlich Gift zu. Und wahrscheinlich werden sich jetzt wieder irgendwelche Leute in den Kommentaren beschweren und sagen, du kannst mir doch nicht einfach immer alles verderben und ich mach, was ich will. Ja, und du hast mir gar nichts zu sagen, was ich hier zu konsumieren habe. Wisst ihr, ihr könnt das machen. Ich bin nicht euer Vater, okay? Von mir aus könnt ihr euch grün und blau rauchen und Pilze essen, bis sie euch an den Ohren wieder rauswachsen. Ihr seid so. Diese Scheiß-Traktoren. Könnte ich ausrasten. Zu erwähnen ist hier natürlich, dass die Dosis das Gift macht, wie ich schon vorhin angedeutet habe. Es ist beim Kaffee zum Beispiel ein Unterschied, ob du den literweise trinkst oder nur eine kleine Tasse am Tag zu dir nimmst. Und genau so ist es auch bei den Toxinen dieses Pilzes. Je nachdem, welche Konzentration an Giftstoffen du aufgenommen hast, können die Symptome, die die Vergiftung hervorruft, von unterschiedlicher Intensität sein. Das muss nicht immer sein, dass dir gleich die Finger abfallen und du Einhörner rumlaufen siehst, draußen auf der Wiese. In sehr geringen Mengen können die Gifte dieses Pilzes sogar eine therapeutische Wirkung haben. So konnte man diese Stoffe zum Beispiel als Geburtshilfe einsetzen, weil sie eine Kontraktion der Gebärmutter fördern und Blutungen reduzieren können, die während der Geburt auftreten. Oh Gott, bin ich froh, dass ich keine Frau bin, ey. Danke Mutter Natur, dass du mich mit einem männlichen Geschlechtsteil gesegnet hast. Einfach ein bisschen Dankbarkeit im Leben zeigen. Das Ergotamin aus Claviceps purpurea kann bei Migräne eingesetzt werden, weil es die Blutgefäße im Gehirn zusammenzieht und sich das irgendwie positiv darauf auswirkt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Komponenten dieses Pilzes in der Medizin einzusetzen. Wichtig zu erwähnen ist aber, dass in der heutigen Zeit in der Regel diese Stoffe synthetisch im Labor hergestellt werden und dann ein bisschen chemisch modifiziert werden, damit sie nicht mehr so gefährlich sind. Das Tückische an diesem Pilz ist, wie gesagt, dass er sich einfach so in unsere Lebensmittel einschleichen kann. Ein Landwirt kann die Wahrscheinlichkeit auf eine Pilzinfektion in seinem Saatgut vermindern, indem er für eine hohe Artenvielfalt auf seinem Feld sorgt. Verschiedene Pflanzenarten anbauen, Legesteinmauern errichten und schauen, dass es ein möglichst vielfältiger Lebensraum wird. So kann sich der Pilz nicht mehr so gut ausbreiten. Stichwort Artenvielfalt. Ja, das ist das, was ich in diesen Videos immer wieder predige. Schützt euch selbst, indem ihr die Artenvielfalt schützt. In der Lebensmittelindustrie werden ziemlich gute vorbeugende Maßnahmen getroffen. Das Saatgut wird mit verschiedenen Methoden gereinigt. Und dann gibt es noch spezielle Maschinen, die die unterschiedlichen Farben des Saatgutes erkennen und dann die Mutterkörner raussortieren können, weil die ja anders gefärbt sind als das Saatgut. Um eine Kontamination früh genug erkennen zu können, werden außerdem regelmäßig Analysen durchgeführt. Die Toxine kann man in der Nahrung dann mit Hilfe von verschiedenen Verfahren nachweisen. Es gibt dann Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen und wenn sie nicht überschritten werden, ist es nicht gefährlich. Auf diese Weise ist es extrem unwahrscheinlich, dass man sich heutzutage noch eine Vergiftung durch das Mutterkorn zuzieht. Insbesondere, wenn man sein Getreide halt irgendwo kauft und es nicht irgendwo selber anbaut und selber dann zermahlt. Was nicht heißen soll, dass ich den Leuten davon abrate, sein eigenes Getreide anzubauen, ja. Ein noch viel krasserer Pilz als Claviceps purpurea ist dieser hier. Der Cordyceps-Pilz ist in der Lage, die Kontrolle über das Verhalten seiner Opfer zu übernehmen. Wenn du sehen willst, was er alles anstellen kann und ob er auch für Menschen gefährlich ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!